Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wenn man so 60 km am Marschieren ist, ist die Stimmung irgendwann einfach im Keller. Dann ist es manchmal noch schwierig, wieder aus diesem Loch herauszufinden. Was ist jetzt da? So genial! Warte, was ist jetzt da? So genial! Warte, was ist jetzt da? So genial! Duschen und Bad haben wir uns jetzt noch nicht in dieser Woche. Hier, dass noch alle steigen, fällt es nicht so auf. Das Essen von zu Hause vermisse ich sehr. Das Essen von meiner Mutter vermisse ich auf jeden Fahrer. Was ist jetzt los? Möchtest du es mal machen? Das ist besser als das, was wir im Militär verkaufen. Das ist doch nicht. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So genial! Das ist doch schön. Amen.